Was ist denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Nein! Martin hat... Martin hat um meine Hand angehalten! Komm, sweetie! Come on, baby! Yeah! That's my boy! Good boy, Romeo! Good boy! Okay. Okay. Versteh ich das richtig. Ich geb ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann geb ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Verpasst ihr heute Abend die erste und dann werden wir irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an, ich versuch dir nur zu helfen. Dann bin ich zum nächsten Mal. Dann werden wir was mir geügt. Und dann bin ich da... Untertitelung des ZDF, 2020